ja lecker lecker zum abschluss dieses schönen abends gibt es noch erdbeeren haben leider nicht mehr viele der papa hat schon mal wieder von weggenascht nämlich an so zwei portionen eine für mich und eine für meine frau mit bourbon vanille pudding sehr gut und mit schlagsahne fix die wird jetzt man geschüttelt und nicht gerührt bitteschön ja dann mal guten appetit lecker erdbeeren mit vanillepudding und sahne